Hi, ich bin Marcel, fange jetzt mein Elektrotechnikstudium an und mache gerade den Brückenkurs. Und hi Marcel, wie bist du auf die Brückenkurse aufmerksam geworden? Also bei den Immatrikulationsunterlagen war da Infomaterial dabei und man kennt auch so immer wieder jemanden, der studiert und von der Seite kriegt man auch immer gesagt, ja mach den Brückenkurs. Machen die Brückenkurse Spaß? Ja, das ist eine super lockere Atmosphäre und einfach, das ist eine ganz coole Truppe. Würdest du die Brückenkurse auch weiterempfehlen? Also gerade wenn man zum Beispiel wie ich eine Ausbildung gemacht hat, sind die ganzen Grundlagen vom Abitur schon etwas länger her. Und ja, vom Studium sollte man das unbedingt auffrischen. Deswegen ist der Brückenkurs in meinen Augen ziemlich wichtig. Und freust du dich aufs Studium? Fühlst du dich gut vorbereitet jetzt durch die Brückenkurse? Ja, also durch den Brückenkurs muss man auf jeden Fall die Grundlagen nicht mehr auffrischen. Das ist alles dann dadurch erledigt und dann kann man direkt durchstarten. Alles klar. Vielen Dank, Marcel.